Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Infovideo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um die Fortsetzung vom letzten Video. Also wie man sich gegen diese Anrufe, wo man selbst zurückrufen muss, wehren kann. Also um Log-Anrufe, wo ihr selbstständig Kosten verursacht habt. Was kann ich also als Opfer eines Log-Anrufs unternehmen? Die schlechteste Lösung ist, zweifellos gar nichts zu unternehmen. Ihr seid euer Geld los und die Täter treiben weiter unseriös ihr Unwesen. Deshalb sollten Opfer eines Log-Anrufs auf jeden Fall aktiv werden. Meldet den Vorfall der Bundesnetzagentur. Die Behörde hat aufgrund von Paragraf 67 des Telekommunikationsgesetzes die Befugnis gegen eine derartige rechtswidrige Bewerbung von Rufnummern vorzugehen. So kann sie den Verantwortlichen abmahnen, die verwendeten Rufnummern sogar sperren lassen, hohe Bußgelder verhängen und den Fall an die Staatsanwaltschaft abgeben. Aber dazu muss die Behörde eben wissen, dass Abzocker am Werk sind. Und das geht nur, wenn sie von den Opfern informiert wird. Meldungen über Log-Anrufe nimmt die Behörde unter der Mailadresse rufnummernspam.de Und online über ein Formular entgegen, also direkt auf der Webseite der Bundesnetzagentur. Wichtig ist, dass ihr in eurer Nachricht die missbrauchte Rufnummer nennt, also die Rufnummer von der Gegenseite, den Zeitpunkt des Log-Anrufs sowie eure eigenen Kontaktdaten für Rückfragen. Die Rufnummer seht ihr ja im Telefon-Display und da steht auch die exakte Rufnummer dran, wann ihr angerufen wurdet. Die meisten Telefone speichern die letzten 50 Telefonein- und Ausgänge. Das heißt, so viel Zeit hat man dafür auch nicht. Man sollte gleich handeln und die wichtigen Eckpunkte alle zusammentragen. Fordert Auskunft über die Verantwortlichen. Gerade 0137-Nummern werden gerne für Log-Anrufe missbraucht, weil man sich als Täter gut in der relativen Anonymität hinter ausländischen Briefkastenfirmen verstecken kann. Dem solltet ihr einen Strich durch die Rechnung machen. Findet zunächst heraus, welches Unternehmen die oder der Rufnummer zugeteilt ist. Dazu genügt eine kostenlose Abfrage in der Datenbank der Bundesnetzagentur direkt auf deren Webseite. Beschwert euch dann schriftlich per E-Mail, also schriftlich oder per E-Mail, das ist vollkommen egal, bei dem zuständigen Unternehmen über den Nummernmissbrauch. Und fordert auf jeden Fall mit Fristsetzung auf, dass die Firma ihren Namen des Verantwortlichen zu nennen hat. Also über den Datenschutzbeauftragten in der Firma. Sollte das Unternehmen euch die Auskunft verweigern, teilt dies einfach der Bundesnetzagentur mit. Erstattet schnellstmöglich Strafanzeige wegen versuchten Betrug oder sogar Betrug, je nachdem, was bei euch passiert ist. Teilweise sogar gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrug. Mag sein, dass sich es in eurem Fall nur um eine kleine Schadenzumme handelt. Reden wir jetzt mal von maximal 30 Euro. Es ist erstmal nicht so viel. Doch bedenkt, dass ihr eines von zehntausenden Opfern der 0137-0900 oder 0088 Masche seid. Also da stecken viele Opfer dahinter. Und oftmals existieren hierzu schon Sammelklagen. Zuständig für die Strafanzeige ist die örtliche Polizeidienststelle, Kripo oder Staatsanwaltschaft. Lege der Strafanzeige ein Foto des Handy-Displays mit dem Lockanruf. Gegebenenfalls genügt auch eine Fotokopie des Displays mit einem handelsüblichen Kopiergerät. Einfach dabei. Reicht später eure Telefonrechnung nach, aus dem die Schadenzumme hervorgeht. Auch wenn es nicht sehr viel zu sein scheint. Wenn Opfer oder wenn euch mehrere Opfer aus eurer Umgebung, bekannte Verwandtschaft, bekannt sind, fordert auch diese auf, eine Anzeige zu erstatten. Eine Musteranzeige findet man auf der Webseite der Bundesnetzagentur oder bei den Verbraucherschutzzentralen, also auf den jeweiligen Webseiten. Verweigert die Bezahlung mit der aufgelaufenen Gebühr bei eurem Telefonanbieter. Ist der Betrag erstmal von eurer Telefongesellschaft abgebucht, werdet ihr das Geld nie wiedersehen. Selbst wenn die entsprechende Nummer von der Bundesnetzagentur wegen erwiesenen Missbrauchs abgeschaltet und das Inkasso nachträglich verboten wird. Also auch dann ist die Kohle im Nachgang weg. Also erstmal das Geld zurückbehalten. Und da natürlich sachlich mit eurem Provider dann auch darüber reden. Bis dahin sind die Täter nämlich längst mit ihrer Beute über alle Berge, wenn es sonst so weit ist. Tja, eines sei dabei nicht verschwiegen. Wenn ihr die Zahlung verweigert, müsst ihr mit erheblichem Papierkram und Schwierigkeiten rechnen. Die Telefongesellschaften, die bewusst oder unbewusst das Inkasso für die schwarzen Schafe der Branche übernehmen, geben sich in der Regel stur und beharmen zunächst auf die Bezahlung der angelaufenen Kosten. Denn sonst, tja, irgendjemand muss das Ganze bezahlen. Und die wollen das natürlich nicht unbedingt tun. Bei Missbrauch von Satellitennummern, also mit der Vorwahl 0088, hat sich die Telekom in der Vergangenheit dagegen als sehr kulant erwiesen und, tja, die strittigen Verbindungen gestrichen und quasi auf das Geld verzichtet. Tja, weil wer ruft schon in der Regel auf einer Satellitennummer an, das ist ganz klar. Das hat niemand im privaten Umfeld eine Service-Hotline, das kann schon immer mal sein. Aber warum sollte man privat unbedingt auf einer Satellitenrufnummer anrufen? Wer kennt jemanden mit einem Satellitentelefon? Das kommt, denke ich mal, so selten vor, dass auch hier jeder Telefonanbieter letztendlich einknicken muss. Wie ich euch bereits schilderte, gibt es ja Musterbriefe für die Beschwerden über die Lockanrufe. Die Bundesnetzagentur stellt ein Formular für die Meldung auf ihrer Webseite bereit. Und auch bei den Verbraucherschutzzentralen gibt es Mechanismen auf der Webseite, wo man eben alles eintragen kann. Eine Strafanzeige mit Strafantrag an die Staatsanwaltschaft oder zur örtlichen Polizei könnte zum Beispiel so aussehen. Zutreffendes Ausfüllen, nicht zutreffendes Streichen. Das heißt, ganz einfach, man muss gar nicht viel selbst nachdenken. Es steht schon alles auf dem Zettel, den man nur noch ausfüllen muss. Wie kann ich mich vor Lockanrufen schützen? Eine Möglichkeit wäre es, teure Mehrwertdienstnummern wie 0900 und 0137 für euren Telefonanschluss zu sperren. Wendet euch hier an den Anbieter. Ansonsten hilft nur Vorsicht und Misstrauen. Reagiert auf die Anrufe in Abwesenheit einfach immer erst nach Prüfung oder gar nicht. Denn wer was von euch will, der wird euch nochmal anrufen. Man muss dabei bedenken, wenn man die Mehrwertdienstnummern sperrt, dann kann es bei manchen Mobilfunkanbietern auch so sein, dass auch die 0800-Nummern, also die kostenfreien Servicenummern, gesperrt sind. Und ihr könnt dann nicht mal mehr beim normalen Provider anrufen. Vom Handy aus geht es oftmals noch über eure eigene Handynummer mit irgendeinem Zusatz oder eine spezielle Handynummer. Da muss man sich dann jeweils erkundigen, dass man den Anschluss noch vollwertig nutzen kann, wenn man diese Service-Rufnummern sperrt. Denn es gibt leider noch sehr, sehr, sehr viele Service-Rufnummern. Und die wenigsten schreiben dann eine Festnetznummer hin für ihren Kundendienst. Die man aber auf der Webseite 01805.info ganz oft rausfinden kann, auch oft für andere Telefonnummern. Denn hinter jeder Sonderrufnummer steckt immer ein ganz normales Callcenter mit einem Festnetzanschluss. Zwar digital, alles übers Internet, aber es existiert eine Rufumleitung von dieser teuren Sonderrufnummer. Und da kann man die Festnetznummer rausfinden. Und dann ruft man einfach in Zukunft diese an. Klärt auf jeden Fall auch eure Kinder darüber auf. Denn, naja, Kinder, die bedienen halt gerne solche Telefone, wenn es dann gerade mit der Erstbedienung anfängt. Viele Kinder haben vielleicht sogar ein Festnetztelefon in ihrem Zimmer stehen. Da muss man aufpassen. Ansonsten auch die ganze Familie darüber aufklären, dass nicht einfach irgendwelche Rufnummern zurückgerufen werden sollten. Auch wenn man schon mal irgendwann darüber gesprochen hat und das ganze Thema ziemlich leidig ist. Es hilft. Sprecht einfach darüber. Es kostet nichts. Und ihr könnt eine ganze Menge Ärger dadurch vermeiden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir wie immer gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, das Video zu teilen oder auch all meine anderen Videos mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten und mit jedem, den ihr kennt. In WhatsApp, in Facebook, Instagram, Twitter und was es da noch so alles gibt. Ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Natürlich mit Glocke. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr auf diesem Kanal. Und jetzt seht ihr hier noch die Playlist zu allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020